Yo Leute, was geht ab? Heute ist ein großartiger Tag, denn heute ist der größte Tag in meinem Leben. Heute ist der Tag, an dem sich mein Leben in eine andere Richtung wenden wird. Wenn ihr das seht, solltet ihr ja wissen, was passiert. Ich ziehe nämlich um. Wohin ich hinziehe, verrate ich euch noch nicht, das könnt ihr aber jetzt schon in den Kommentaren raten. Aber lasst mich euch eins sagen, dieses Projekt ist zu 100% nur für euch. Aber bevor ich jetzt weiter rumlabere, packen wir jetzt erstmal die ganzen Sachen ins Auto und dann geht es schon 500 Kilometer in eine andere Richtung. Ja, das Auto ist jetzt schon vollgepackt, wie ihr seht. Auch hier ist es komplett voll, bis auf die Rechtsaus. Und cool, dass ich einen Beifahrer habe. Schaut ziemlich nice aus hier. Jetzt heißt es eigentlich nur noch von der Familie Abschied nehmen und dann geht es los. Also, ciao. Ja, der Abschied war ein bisschen emotionaler, aber den Teil habe ich euch jetzt nicht gezeigt. So Leute, ich bin jetzt im neuen Haus angekommen und diese Bude hier ist einfach nur verrückt. Ich dachte mir, ich gebe euch eine Haustour, aber das würde viel zu lange dauern. Deswegen dachte ich mir, ihr lehnt euch jetzt einfach zurück. Ich lege ein bisschen Musik drunter und gebe euch jetzt ein paar Einblicke für dieses Haus. Also, let's go. So, das war es mit der kleinen Haustour. Natürlich habe ich euch nicht alles gezeigt, denn das Haus ist mega groß. Und zu den ganzen anderen Zimmern später mehr. Dafür werde ich ein extra Video machen. Das Haus ist allein über 400 Quadratmeter groß, hat ein riesen Grundstück und es wird... Hat das gerade geklingelt? Hat das gerade geklingelt? Okay, ich weiß. Ja.